ist der neu kann man ruhig ein bisschen lauter machen sogar die musik aber wir lassen sie mal hallo da draußen an dem bildschirm haben wir eine flinte braucht man hier immer hier ist unsere ich habe noch keine ahnung warum und weshalb erscheint sehr schlau zu sein denn x-5 also dass das am ende das ergibt hätte ich nicht gedacht wir machen mitten in der nacht eigentlich noch gar nichts auf erst mal wir schauen erst mal hier rein muss mich erst mal wieder wenn man lange zeit nichts gemacht hat blöd steht alle hand rum dass wir eigentlich gar nicht brauchen so richtig oder immer weil es gerade nacht ist und so wir haben das mal von rein ja hatte ich mir gedacht das zum thema wir haben das mit der vorderwahl ich trage es mal über den kopf vielleicht haben wir die bessere chance noch nicht wirklich immer noch nicht wirklich na gut ja das sieht gut aus ist in ordnung hoffentlich klaut uns niemand ach schaut hin wir haben eine herausforderung hoffentlich klaut uns niemand hier was raus was haben wir denn hier eigentlich braucht kein mensch also ich zumindest jetzt hier wie viel haben wir denn geld 1108 das ist nicht viel weil wir haben einiges zu befüllen einiges aufzufüllen das lager wollte man vergrößern ne muss ich mal schauen nur so ein bisschen schaffen wir jetzt keine komplette ordnung aber so nach und nach wisst ihr das ist eigentlich besser ich weiß nicht wie es euch geht in eurem leben aber ich bin so einer gewesen immer und ich versuche jetzt tatsächlich dies zu ändern auf meine alten tage ich bin einer gewesen der so das ganze angegangen ist also wenn irgendwas zu machen war habe ich es bis zum letzten tag aufgeschoben und habe es dann gemacht jetzt hängt natürlich das immer im kopf na das ist klar du weißt immer ah ok ich muss bis zu dem und dem und dem termin muss ich genau das machen wenn ich allerdings mir einen kleinen plan mache und ich bin jetzt ein ganz großer fan von organisatorischen plänen geworden die ich mir in meinem kalender im grunde notiere und dann mache ich nicht alles auf einmal sondern ich mache es nach und nach und plötzlich entspannt sich die situation beträchtlich erstens bin ich obwohl ich es nach und nach mache früher fertig das ist immer hier das ist ein Mülleimer und zweitens das muss ich nicht alles auf einmal machen dass du wahnsinnig wirst ok das kann man jetzt um ehrlich zu sein ah ob wir das hier reinkriegen ja krieg mal so wo bist du wie konnte man eigentlich schneller laufen ich weiß es nicht mehr warte wo ist unser Reifen den kriegst du jetzt oh ist denn hier läuft hier krieg ich noch kannst du vergessen mein Freund wo bist du denn ja ja nicht so wo ist Aua komm nicht wieder mit deinen sexistischen Dingen hier Aber warum eigentlich, ich frage mich, warum geht, oh, das ist gut gelaufen. Warum geht, wieso kann ich das eigentlich nicht wegräumen hier? Oder brauche, wieso, wieso liegt das so rum? Und ich kann es auch nicht mehr wegräumen. Brauche ich dazu vielleicht mal einen Müllcontainer? Ah ja. Nee. Nee, trotzdem geht es nicht. Oder mache ich etwas falsch? Kriege ich es nicht weg. Kriege ich den Müll nicht weg. Kann ich mal nicht sein. Sag mal, war da nicht etwas drauf hier? Vor allen Dingen, was ist denn das? Wollt ihr mich vergag eiern? Wer lädt hier seinen Müll ab? Na super. Und vor allen Dingen, warum liegt hier... Ei, 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 hier ist es los. Kann man das eigentlich auch... Kann man das eigentlich auch... transportieren lassen, ne? Für einen gewissen Obolus. Halt für einen gewissen Obolus. Wir schauen mal kurz, ob wir unser Lager... Sind wir hier schon immer so... Was sind denn hier für Anforderungen? Hat er ja schon immer so alles gesehen? Okay, ähm... Lager... Was sind denn hier für Anforderungen? Die Tankstelle muss höher werden. Was sind denn hier für Anforderungen? Popularität muss man erhöhen. Die Tankstelle ist unser erstes Ding. Wir müssen auch die Popularität erhöhen. Das ist schwierig. Kommen wir vielleicht noch... Warte, komm mal. Dekoration vielleicht? In der Tiefe, reicht? Okay. Das können wir aber noch nicht. Es geht nur der Basketballplatz. Okay. Dann... Ey! So, Dekorationen. Ach, du grüne Neun. Ja, jetzt nicht. Aber... Meine Teilen. Nee! Wieso geht er immer ganz raus? So, Dekorationen. Was haben wir denn hier? Ah, das wäre eine Idee. Achso, das geht auch wieder nicht. Oder? Doch, das geht. Für 50. Ist in Ordnung. Haben wir nicht noch irgendwas im... Ach, einen Wagen. Nett. Wie viel kostet denn der? Oh, die kostet viel. Kann man es nicht leisten. Was ist denn das? Achso, im Frontbereich haben wir nicht mehr. Nee, noch ein Autowrack. Das sieht echt blöd aus. Aber wir hatten doch... Äh, noch mehr so Zeug. Bis wir... Vielleicht Einrichtung. Naja... Ist sie eigentlich schon auf Level 4? Nee. Sind wir nicht mehr auf Level 3? Okay. Achso, wir können ja vielleicht hier... Wir haben Upgrades. Jetzt hat es im Besitz. Aha. Okay. Dekoration. Dekoration. Hm. Workshop, Warehouse. Gäste ist... Gäste ist... Können wir hier nicht nach... Nee. Ich hätte schwören können... Was ist eigentlich Dienstleistung? Achso. Achso. Ach doch, wir können ein Basketballfeld. Aber wir haben halt nichts anderes, ne? Nur das Basketballfeld. Also mit dem Vakuum machen, weiß ich noch nicht. Sonstiges vielleicht? Ja, nicht unbedingt. Hm. Okay. Gibt es nur Parkplätze? Ich will eigentlich nicht noch mehr Parkplätze momentan, oder? Mehr geht halt nicht. Und es geht auch gar keiner mehr. Wir haben schon voller... Aber wir konnten doch so Einrichtungen, was wir da so davor und danach gemacht haben. Könnte ich noch einen sehen? Das muss doch an... Das muss doch bei Dekoration sein. Nein. Das ist doch aber nicht bei Sehenswürdigkeiten. Wir haben nur... Den Wagen noch. Wisst ihr, wo wir den Tisch davor und dahinter gestellt haben? Ich verstehe es nicht. Warum? Mist. Kann mich jetzt schon wieder ärgern. Dass ich da nicht hinkomme. Aber es muss ja... Es muss bei Dekoration sein. Wir schauen noch mal bei Beweglück. Das ist doch Quatsch hier. Mist. Das waren aber andere Dekorationen. Könnte ich noch einen Sinn? Ja, und Regale sind es ja auch nicht. Ich verstehe es nicht. Wo der Tisch davor war und das ganze Zeug. Und hinten konnte man eine Bank hinmachen. Das ist aber hier auch nur das Basketballfeld. Schaut hin. Mehr geht nicht. Wahnsinn. Warum? Ja, dann müssen wir hier noch was machen. Wir machen mal... Wir machen mal... Sumpfgemälde. Alaskan Truck Simulator. Den hängen wir noch ein. Okay. Und wo... Und wo... Und wo... Oh, hier müssen noch Regale aufgefüllt werden. Ich glaube, da kann man sogar alles hinhauen. Schau hin. Kann man sogar alles hinhauen. Okay. Die anderen sind in Ordnung. Dreckmäßig. Sieht es halbwegs gut aus. Und wo ist jetzt unser... Ist es hier irgendwo? Ist es hier irgendwo? Ist es hier im Rucksack? Ah, tatsächlich. Ich will es auch nicht wegwerfen. Okay. Ja, nicht unbedingt hier hin. Hier hin geht es nicht. Hier hin geht es auch nicht. Es geht genau nur vor der Lampe. Oh, man. Wirklich. Aber ansonsten geht es eigentlich noch gut, ne? Hier drüber wäre es schön. Geht es irgendwo draußen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das Quatsch mit Soße. Es geht nur irgendwo hier. Ist ein Mist, oder? Ich habe extra einen Puste gekauft. Kannst du nirgends hinstellen. Hier geht es auch. Es geht nur über die Lampen drüber. Hier? Auch nur. Hier in der Ecke wäre es natürlich Quatsch, ne? Am schönsten wäre es halt momentan hier. Hä? Jetzt ist die Lampe weg. Jetzt sind die ganzen Lampen weg. Ach so! Ach, okay. Ich verstehe. Das war nur, wo es hingehängt wird. Alles klar. Ist in Ordnung. Na gut. Dann hier hin. Okay. Sehr schön. Okay. So. Das gefällt mir. Alles gut. Der Bereich ist in Ordnung. Ja, dann... Ach so, wir haben noch drüben auf, ne? Wird uns alles rausgestohlen worden sein schon. Okay. Ja, es ist, es ist natürlich, um ehrlich zu sein, es ist natürlich so ein Ding hier. Weil, ihr wisst, ich bin im absoluten Chill-Out-Modus und Chill-Out-Modus und sich hiermit auseinanderzusetzen sind fast zwei unterschiedliche Dinge. Weil, insbesondere, haben wir gemerkt, die... Was sagt's? Unsere Werkstätte, ne? Ach, apropos Werkstätte. Apropos Werkstätte. Apropos Werkstätte. Haben wir dort Reifen bestellt? Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Reifen. Acht wären schöner. Hier haben wir ein bisschen an Spiegel noch. Das können wir noch. Mhm. Das haben wir hier drüben hingelegt. Das ist tatsächlich noch da. Ansonsten sieht's eigentlich schön aufgeräumt aus. Können wir noch zwei Reifen bestellen? Schau mal. Dann öffnen wir den Laden. Dann öffnen wir den Laden. Seid mal. Wieso... 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 Sie dies... Hä? Wieso ist hier... Moment. Wieso ist hier unsere... grüne Farbe? Nicht mehr dran. Ist es grün überhaupt? Sieht grün aus, ne? Was? Was? War ein Update, ne? Hat uns alles kaputt gemacht. Das sag ich euch. Deswegen liegt hier auch der ganze Müll rum. Was ist dir das? Das ist echt doof. Wie können die nur... Wie können sie es wagen? Unseren gut gehenden Betrieb... Na gut. Bei 1018 in der Kasse will ich's mal... will ich's mal echt nicht als gut gehend bezeichnen. Aber trotzdem, oder? Das ist doch traurig. Ist das überhaupt die richtige Farbe? Ich bin mir ehrlich zu sein immer noch nicht ganz sicher. Vorne ist es, glaube ich, noch grün, ne? Vor allen Dingen, dass einfach uns... dass... die Dekoration so rundherum, dass wir das nicht finden. Ich weiß nicht. Wisst ihr noch, wo das war? Verdammt. Ich fand es gut, dass man so ein bisschen drumherum... was dekorieren konnte. Dann hätte im Grunde unser... Dennis... hätte es schön sprühen können. Ich hab's nicht gesehen, ne? Hier ist es, glaube ich. Aber das schauen wir mal am Tag über an. Hier oben, glaube ich, ist es nicht. Aber wir schauen uns mal am Tag an, was noch fehlt, wenn die Nacht vorbei ist. Ich glaube, das ist hier unten auch nichts. Es sieht nur ein bisschen dunkler aus auf der Seite, wisst ihr? Aber das ist ja traurig. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es nach einer Zeit ablättert, die Farbe. Solange wir nicht mehr hier drin waren. Oder nicht mehr an unserer Tankstelle waren. Wenn wir einen kleinen Urlaub waren. Obwohl, habt ihr gemerkt, dass irgendwas passiert ist? Ich glaube, wir warten lieber wirklich auf Tageslicht. Denn irgendwie sieht es nicht aus, wie wenn es anders ist. Aber es sieht jetzt so vor. Okay. So, dann öffnen wir mal den Shoppen. Ziemlich lange Nacht, oder? Achso, ich wollte noch schauen, ob wir noch ein paar Reifen bestellen. Warte mal, wir werden trotzdem mal gleich, wir werden trotzdem mal gleich, wenn es ginge, ein bisschen Kraftstoff bestellen. Achso, Reifen. Ich vergesse es. Ich vergesse es tatsächlich im Reden. Die kosten aber, glaube ich, richtig viel, die Reifen. Obwohl, es geht aber nicht. Lässt uns hoffen. Und beten. Erster Kunde für den Tag. Hallo, how are you? Wo ist dein Tankentrance? Alles klar? Entschuldigung. Wie viel? Voll? Ich sehe gerade nicht, wo ich rein muss. Na? Ja, nee, ich wusste gar nicht mehr, wie ich es aufhalten sollte. Wie war denn das? Hier wurde das einfach weg. Warte, das muss ich jetzt nochmal... Das muss ich jetzt nochmal... Das muss ich jetzt nochmal schauen. Ich hab keine Ahnung mehr. Das hat man immer so gemacht, ohne nachzudenken, wisst ihr? So, Mist. Geht ja schon gut los. Hä? Vor allen Dingen... Vor... Vor allen Dingen... Hat das nicht hier irgendwie immer anders gestanden? Wo ist denn mein Rad? Ach da. Hä? Das ist doch... Ihr verwirrt mich hier. Komplett. Ich muss mal hier über ein Dings drüber. Müssen wir jetzt mal schauen. Sorry Madame, I'm testing the... Ah, okay. Entschuldigung. Das ging eigentlich ganz einfach. So, gut. So, Madame. In the middle of the night. What have we here? Nice. Cream. Another ice cream for your friend. Ah, you have a boyfriend. Oh, that's so cute. Good. It's very dark here. I think we need a bit of light, right? Something to drink? A lot to drink. Ah, you having a party? A non-alcohol party. I'm very impressed. A rich and non-alcohol party. That's nice. That's really nice, right? That's nice. Why do you always need to drink alcohol? That's nice. Let's just say it. That's nice. That's nice. Gehirnzellen noch mehr dahinschrumpfen lässt, als sie sowieso schon sind. Hello and greetings to the best and cleanest gas station in the world. In USA. Ah! Nee, ein Stück weit, wir kriegen kein Getränkgeld, ein Stück weit zu, ah, halt, 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 Entschuldigung, oh Gott. Help! Ja! 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 Hä? Der ist aber nur, oder? Kann ich noch nicht. Hoppa! Reifen? Okay. Oh, wir können schon fast hier rauflaufen. Finde ich gut. Wait! You're... Wait! Wait! You're... You're... Oh, man. Also so schnell... Ich war ja schon schnell immer, ne? So schnell bin ich ja weiß Gott nicht, oder? Manchmal denke ich, die machen alles nur noch schlimmer mit jedem Update, oder? Schau mal kurz drumherum. Ja, das sieht grün aus. Grün, grün, grün... Grün... Upsa! Grün, 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 grün... 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 Ah, je mehr man sich drüber... Man darf nicht drüber nachdenken. Ihr wisst, ich habe die besten Ergebnisse erzielt, indem ich nicht drüber nachgedacht habe. Grün... No, we have no Coke. Pepsi? No, we have only no name. No name is a lot of better, because it's the same product without a brand. Grün... You don't believe it? It is. Thanks! You pay only for the brand. Believe me... So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier ist noch keiner, ne? Vielleicht noch früher... Ne, doch. Hier ist noch einer. Dieser war erst gekommen. Okay. Oh, alle reifen, oder? Weil wir hier so viele hören. Weißt du, machen wir die erst... Ach, nein, gerade. Genau. Okay. Ach so, jetzt haben wir wieder hier das Problem, ne? Wie ging das? Batsch! Ready? Next... Ach so, wir brauchen... Next one. Uiuiui. 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 Madam, it's only a matter of time. And we have much enough of time. I'm in a mood... Oh! Deine... Das weiß ich nicht, wie das auf Englisch heißt. Breaking... Dingsbums. Deine Brems... Deine Brems... Deine Bremsen könnten tatsächlich... Eventuell... Was ist das für tragen? Vielleicht neue... Beläge drauf. Muss man schauen. Ich bin nicht so... Ich bin nur der... Der so kleine Dinge machen kann. Nicht die großen. Die großen Sachen... Dafür bitte zu meinem Bruder gehen. Der arbeitet als Car Mechanic... In einem anderen Zweig. Okay... Bist du zufrieden? Reifenwechsel... Mach ich gern. So... Nächste... Uh... Nice... Cabrio... Mau, mau, mau... Ah... Ich denke immer noch zu viel nach. Ich denke tatsächlich noch zu viel nach. A snake! A snake! No, it's only a... In German... It is called Schlange. Schlange... What? Yeah... I... I come... Basically from... Germany. Ah... Yes... That's what I need... A cleaning status. But... I have to clean... Immediately. In Germany... We love... Clearing... Just as I wanted. Environment. Some... Some of them. I don't want to say in other countries... It is other but... I was worried I'd go over budget. But... They say in Germany... The environment... The cleaning... And... Ordnung und Sicherheit und Disziplin... Obwohl es völliger Quatsch ist... Deutsche Tugenden... Wisst ihr? Sagen sie... Oh... Deutsche Tugenden... Sauberkeit... Pünktlichkeit... Naja... Vor allen Dingen... Muss man immer sagen... Ja... Wo kommt das her? Na... Na... Und vor allen Dingen... Warum... Zum Beispiel... Ist bei... In Spanien... Das anders... Ist ja nicht so... Dass die... Irgendwie... Fauler sind... Oder sonst was... Ich mein... Wer schon mal in Spanien war... Oder auf Ibiza... Oder... Mallorca... Der weiß schon... Dass die Sonne... Und die Wärme... Und die Hitze... Einen gewaltigen Unterschied machen... Die Deutschen sind fleißig... Ah... Ich krieg's nicht hin zur Zeit... Keine Chance... Kein Trinkgeld drin... Ich seh's nicht gern... So... Ähm... Wo sind wir? Uh... Nice one! What's the problem? Ah... You have no idea? Ah... Vorne ist es ein Reifen... Und noch einer... Dann sind wir schon wieder fest... Und dann ein bisschen Lackzeug, ne? Dann sind wir schon wieder komplett ausverkauft... Dann müssen wir tatsächlich schon wieder reifen... Oder... Wie viel nehmen wir denn? Gehen wir ein bisschen aus dem Weg? Kann man zufrieden sein, dass es nur die zwei waren, ne? Okay... Runde mit dir... Schau mal wie das mit dem Lack geht... Mit dem Lackstift... Okay... Ah... Ich nehm den hier unten... Und... Wie... Wie war das? Ne... Nicht werfen... Geht das gar nicht... Oh... Kann ich den wirklich nur... Wartet mal... Wenn ich den hier nehm... Geht das dann nur, wenn ich den hier raus nehm... Oh yes... Das ist ja schade... Oh, das ist schade... Boah... Was hast du denn dufe Kratze hier rein gemacht? Mädel... So... Wo haben wir noch was? Auf der anderen Seite... Es geht tatsächlich nicht... Das ist schade... Hier ist glaube ich noch einer... Dann haben wir einen verblödelt... Was... Was traurig ist... Wie kommen denn die Kratze hier rein? Parkplatz? Ähm... Spiegel auch... Das ist ganz schön... Ich hoffe... Du bezählst das alles schön... Ich sehe es nicht gern... Okay... Okay... So... Wir ordern ein paar Reifen nach... Aber erst mal... Ihr wisst wie es ist... Okay... Nice... Diesmal habe ich tatsächlich nicht nachgedacht... Ähm... Have a nice trip... Ja... Freundlichkeit... Sollte nie zu kurz kommen... Wie ist das eigentlich hiermit? Hm... Wie kann ich meinen Schwamm ausrüsten? RBM... Geht nicht... Ah ja... Ich muss erst mal ein bisschen... Okay... Reicht, oder? Yes... So... Eins... Und noch ein bisschen trinken... Wir müssen noch trinken... Dann wird der Ordnung... Das wisst ihr hoffentlich... Super... Uah... Next one... Der Tag... Der geht da hin... Wie nix... Seht euch wie es ist... Der Tag... Der könnte im Grunde... Der... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Wie gesagt... Hier ein Fisch... Wieso... Wieso... Fault hier ein Fisch vor sich hin? Das frage ich mich grad... Das ist ja merkwürdig... Und unsere... Abfalleimer hier sind leer... Aber... Hier... Fault ein Fisch vor sich hin... Ich bin mir nicht sicher... Was ich davon halten soll... Ja... Diese Smalltalk... Ne... Kann man mögen... Muss man aber nicht... Da müssen wir in die Toilette nochmal rein... Aber... Jetzt momentan nicht... Denn jetzt ist... Kraftstoff angesickt... Super... Ah... Ne... Heute ist nicht mein Tag des Dringgeldes... Hm... Wir nehmen... Delivery mäßig... Wie viel nehmen wir denn von dem Reifen... Reifen ist halt so ein Ding, ne... Ja... Jetzt ist die Frage... Ob ich den annehmen kann überhaupt... Ich glaube eher nicht... Wir schauen mal kurz in die Toilette rein... Jetzt... Kommen wir mal kurz durch... Ihr wisst ja... Wir haben ja den Anspruch... Die sauberste Toilette... Ne... Die sauberste Tankstelle... Der USA zu... Sag mal... Wieso ist denn schon wieder... Ist das außen rum? Oder hat die schon wieder so viel Dreck? Wo... Wo sappen die denn hier rum? Wir werden tatsächlich jetzt mal... Wir werden mal hier Teppich verlegen... Und draußen Hausschuhe drauf machen... Wisst ihr das? Ich finde das eine gute Idee... Also... Ich persönlich... Ne... Muss irgendwo anders sein, ne... Hier außen... Vielleicht außen rum... Das Zeug hier ist halt blöd, ne... Dass ich das hier nicht aufheben kann... Ich hoffe... Dass es das nächste Mal wieder weg ist... Kann ich mir gar nicht vorstellen... Ich bin hier... Officer... Officer... Need help... Der Officer... Need... A lot of help... Ich... Treff's nicht... Tut mir leid... Ich bin halt... Nicht gut drauf... Was... Was... Was angeht... Hier... In Trinkgeld abzusterben... Sonst immer, ne... Aber manchmal sind halt Dreck dabei... Ihr wisst wie es ist... So sehr wie mir der Job hier Spaß macht... Am Ende... Müssen wir es eben nehmen, bis es kommt... Manchmal gibt's halt Trinkgeld... Und manchmal... Wiener... And you are a good customer... With a lot of items... Hallo? And you are a... Yeah... Have a nice day... Das Schöne ist... Wenn das so langsam geht... Oh... Jetzt aber nicht mehr... Selbst da wird's... Zu unübersichtbar... Dann kann man das laufen lassen... Good... Have a nice day... And... Come again... Visit us... Every day... And every night... Ach... Hier... Hier ist der große Dreck... Seck doch was... Ähm... Ja... Ich bin schon da... Et... Was ist denn das? Ne... 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 Verlassen... Ja... Fahr nicht weg... Ey... Das letzte Mal hast du übrigens deine... Das letzte Mal, Freund... Hast du deine Türen hinten aufgelassen... Fall nicht gleich weg... Wollen wir... Da nur eine... Bleib... Bleib doch... Oh... Jetzt hat's uns... Den Zaun zu schossen, oder? Okay... Die sind wie die... Die sind wie die Hirschen, oder? Keine Zeit... Niemand hat mehr Zeit... Er ist wie im echten Leben... Um ehrlich zu sein... So, mein Freund... Was hast du denn für Probleme? Hä? Wo ist unser... Oh... Oh... Eins... Zwei... Kann man nicht machen... Tut mir leid... Weil hier nicht aufgefüllt ist... Tut mir echt leid... Ja... Kann sie auch nicht ändern... Unser... Dennis hat noch nicht aufgefüllt... Au... Kannst nicht ändern... Dennis... Der hier immer... fürs Auffüllen zuständig... Ist... Nice... Small Car... Sind die eigentlich noch... Dass die... Nochmal aufstehen... Nee... Das haben sie weg... Okay... Dass die durch die... Dicke gehen... Oh... Nice... Head... It suits you... Very well... Indeed... Indeed... In... Deep... Deep... Officer... I have to clean my... Board... Sorry... I have to clean my board... I have no time for other things... I'm the happy... Biggest station... Owner... I work... My whole life here... Awesome... Awesome... Are you... You are... Awesome... Weiß nicht, ob man das jetzt... Zu einem Officer sagt... Aber... Die sind in USA sowieso... Bissl anders... Bissl anders drauf... Weißt du... So... Jetzt schauen wir nochmal in die Werkstatt... Ob nicht vielleicht doch irgendjemand... Er... Unsere Reifen... Aufgefüllt hat... How much do I owe you? Huh... You need a... You need a... A car wash... Hm... Das wär so das nächste hier... Ne... Dass wir vielleicht... Einen car wash haben... Also... Eine Wäsche... Eine Autowäsche... So sieht's denn jetzt aus... Hier... Wird nicht viel besser... Hm... Hm... That's strange... Ich geh nochmal ins Lager... Ich mein... Das hat jetzt doch keiner was geklaut... Oder? Habe ich das irgendwo anders hin? Ah... Hier sieht man halt nix, ne? Kraftstoff ist niedrig... Sollen wir mal ordern... Ja... Das mit den Reifen... Macht mir ein bisschen Zeug... Wir müssen sowieso Schluss machen... Ja... Deswegen... Werde ich jetzt... Die Putze dicht machen... Warte noch... Thanks... Thanks again... And good hunting... Dann werde ich mal die Putze dicht machen... Hängt ein bisschen unser Punt, ne? Thanks a punch... Thanks a punch... For your visiting... Next, please... Two Officers... We have a stressful day today... Ähm... Officer... I miss... A lot of... Wheels... I ordered it... But... Hey! Hey! Wow... Ihr wisst was das nächste mal heisst... Es heißt... Die Vergrößerung des Lagers... äh, ja wollte ich irgendjemand klaut meine Reifen I owe you money nee, halt, umgekehrt you owe me money so, das ist die letzte you are the last one today the gas station is closed am Tag wir müssen es nehmen bis kommt so, ja fährt fährt vorsichtig ach so, wir müssen ordern wir müssen ordern und zwar ach so wenn wir jetzt ordern wir können bevor wir ordern äh, ist immer noch nicht die Popularität muss noch höher das ist ja wie hoch muss denn diese Popularität noch in Level 5 muss die auch noch hoch ich habe gedacht wir können und was ist eigentlich kann man hier wirklich nicht die Tankstelle ist tatsächlich die Tankstelle ist der Ausgangspunkt allen Übels na gut denn Kraftstoff wir haben glaube ich nicht ein wir haben 0,01 von 200 ja reduzieren ist in Ordnung ach so ich wollte mal gleich schauen wie es mit Reifen aussieht das hat uns so viel Geld gekostet die Reifen waren das zu viel 10 weil die nicht reinpassen und konnten wir das deswegen nicht in Stock 14 wir haben 14 Reifen oder heißt es vielleicht müssen wir die irgendwie oder Lager 8 nein du kannst hier 200 rein das geht schon das ist nicht das Problem das ist tatsächlich nicht das Problem du bist ja schon da bist du schneller als ich gedacht und mach dein genau so du machst das ne jetzt schau ich nochmal hier fallen ach wisst ihr ja klar wir müssen das ja platzieren ok ja ok das ist halt im Stress ne im Stress ist macht man nur Blödsinn so dann versuch mal das noch rein zu bekommen hier ok räumen ein bisschen hier auf damit wir für die nächste schicht gewappnet sind oh oh ist denn noch ein bisschen was rein ich würde gerne noch zumindest die Reifen rein machen ja das ist ja schade dass das eine Ding nicht geht und du du bist der allergrößte du bist tatsächlich der allergrößte war doch ein Moment eine Minute ach Minute im Grunde sind es 10 Sekunden die du warten müsstest 10 Sekunden keine Chance keine Chance aber wie gesagt das ist die Hektik der heutigen Welt genau so läuft es aber genau so keiner hat Zeit keine und schnell und das und das muss noch gemacht werden Qualität eh egal weil es muss in einer bestimmten Zeit das fängt schon in der Schule an du musst in einer bestimmten Zeit eine Arbeit schreiben oder irgendein Projekt machen ich meine ist klar dass du nicht weil wenn du wieder zu viel Zeit hast dann trödelst du ist ja klar aber die Zeit ist so eng und schlecht bemessen das ist der Wahnsinn wenn wir jetzt irgendwas hier noch rumliegen sehen ja na komm wir haben das ach so das bleibt auch liegen oh das muss ich jetzt alles nee wartet mal das kann ich doch wartet die Heroin spritzen hier die kann ich doch bestimmt hier rein tun wir räumen jetzt mal ein bisschen auf hallo oder auch nicht warte so äh haben wir noch einer der spritzen naja ist eigentlich nicht zum lachen denn Heroin ist ja nur was wo es schon jede Menge Tode gab da ist halt irgendwas im Leben läuft halt dann schief kann man nicht anders sehen so wir schauen mal was hier noch weil wir haben wir immer noch den Anspruch die die schaut hin unsere Mülleimer füllen sich gar nicht mehr so sehr auf die waren noch immer so schnell voll bin gar nicht hinterher gekommen mit mit aufräumen ja der läuft halt irgendwas schief in der Balance wisst ihr und die Balance ist wirklich das wichtigste überhaupt seine eigene Balance zu finden und da spielt tatsächlich die Hektik eine große Rolle sag ich euch Hektik spielt ja echt eine große Rolle und wenn man mich in Hektik versetzt ich sag es ganz ehrlich dann mache ich auch Fehler und es werden tatsächlich auch einiges an Fehlern gemacht und die kommen mit der Hektik und in Corona Zeiten jetzt natürlich noch mehr weil ja Leute fehlen ich bin ne es passt schon ich bin mir jetzt echt nicht sicher mit ein bisschen wirklich so schade hier ne wir haben das so schön hier gemacht na gut dann ist es so okay ähm wir haben jetzt die Reifen drin wir haben auf gefüllt unseren Tank wir könnten tatsächlich noch eins machen Eis Getränke sind eigentlich noch da ein bisschen Zeug noch bestellen wisst ihr das war als letztes ich bestelle mal noch ein bisschen Eis Creamy und zwar die Gude zwei davon der ging auch immer gut müssen aufpassen dass wir nicht zu viel weil wir wollen noch äh ein paar Snacki ja die gehen auch immer ganz gut vielleicht ja die Bockkorn Bockkorn geht immer nochmal gleich zwei bisschen zu Keksi oh das ist schon zu viel viel zu viel was zwei nicht vier 45 sind im Lager oder was wieso 170 wieso steht ja 245 in Klammern das ging jetzt nicht oder was okay und das hier und achso jetzt war eine 10 tatsächlich schütteln hätte ich jetzt nicht gedacht das in Klammern ist ja wichtig okay so die Lieferung warten wir noch ab vielleicht noch ein bisschen die du du die die du du die das da drüben ein bisschen noch aufräumen achso halt wartet ich mach noch eins ich mach noch ein oh der kommt echt schnell ich mach noch eins wie ging das Dienstleistung glaube ich was Abfall so das soll man abholen da komm da ist das jetzt der Abfallmensch oder der Liefermensch ne ne das ist das Supplement dann lassen wir ihn schon mal rein der kann eigentlich gleich reinfahren das haben wir auch noch nie dass wir so schnell waren dass der sofort hier bitteschön scheint neue zu sein das oder vielleicht wartet ja der kann der sein oh sieht aber voll aus das Lager sieht echt voll aus warte halt einen Moment dein Kollege dein Kollege war ein du bist genauso du bist echt genauso ich kann gar nicht hinschauen ich kann überhaupt nicht hinschauen wenn ich sowas sehe so wir sind jetzt mit dem anderen da ist noch da ist noch nimm bitte alles mit so sind sie genau so sind sie wisst ihr da bestellt man sie bezahlt einen Haufen Geld und dann nehmen sie nur die Hälfte mit hier hat er alles mitgenommen ist in Ordnung ich sage für heute ciao und ich lege mich und ich hoffe euch geht es gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag eine schöne Woche einen schönen Monat kommt immer darauf an wie oft ihr mich schaut ciao ciao